Willkommen auf Gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die mobile, kostenfreie Anwendung der Hotelkette Barcero vorstellen. Wie gesagt, betragt dieses Unternehmen in insgesamt 16 Ländern 142 Hotels und mit der mobilen Anwendung kann man sich über einige Standorte ein paar mehr Informationen einholen. So gibt es hier zum Beispiel auf der Startseite direkt die Möglichkeit zu wählen, wo man denn gerade ist. Guatemala City ist hier zum Beispiel ein Beispiel. Barcelona ist auch mit dabei und natürlich auch einiges andere. Wir wählen in diesem Fall einfach mal das ganz oben aus. Man bekommt hier gleich ein paar Infos angezeigt und kann dann hier auf Enter gehen. Beim ersten Mal, wenn man sich diesen Bereich anschaut, wird das Ganze heruntergeladen, also als Datei, damit man nicht immer wieder so viel Dateien nachladen muss, nicht so viel Datenvolumen auch verbraucht. Und jetzt ist man hier in einem neuen Bereich dieser mobilen Anwendung, also wirklich in dieser ausgewählten Stadt. Und hier bekommt man jetzt mehrere Möglichkeiten. Auf der Startseite natürlich erstmal eine Einleitung, sage ich mal. Das ist dieser Future-Bereich hier. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, auf die man einfach mal klicken kann. Und da ist man dann auch relativ schnell dazu gezwungen, Raumnummer und das Passwort einzugeben, beziehungsweise Zimmernummer und Passwort, was man natürlich mitgeteilt bekommt. Aber auch sonst ist es teilweise möglich, sich auch ohne Login ein bisschen zu informieren hier, was denn alles so vor Ort möglich ist. Ja, gehen wir nochmal auf das nächste, Additional Service. Da ist nämlich auch einiges möglich. Das kommt natürlich immer auf den Standort an, aber zum Beispiel sind Transfers natürlich interessant. Da gibt es Informationen hierzu und auch die Preise in diesem Falle. Also man kann sich auf jeden Fall als Hotelgeist ein bisschen informieren. Was haben wir denn noch? Rooms hört sich ja auch interessant an. Hier kann man sich die einzelnen Zimmer anschauen. Also ihr seht schon, es ist was für Leute, die gerade dort sind und sich über Service informieren wollen, aber es ist auch, sage ich mal, was für Leute, die vielleicht erstmal schauen wollen, wie die einzelnen Zimmer denn so aussehen. Hier gibt es zum Beispiel direkt die Upgrade-Möglichkeit. Das ist dann natürlich nur was für Leute, die dort schon gerade, ja, verkehren und Gast sind. Es gibt dann hier auch die Restaurants. Auf die kann man auch alle klicken. Da findet man Informationen zu. Das ist natürlich mehr was für Leute, sage ich mal, weil es jetzt nicht so detailliert ist und mehr die Öffnungszeiten, die schon dort im Hotel sind. Auch ähnlich hier beim Sparbereich. Also insgesamt ist das eine App für Hotelgäste und nicht für Leute, die, sage ich mal, sich ein bisschen informieren wollen. Das geht ein bisschen besser über die Internetseite. Es gibt jetzt aber auch die Möglichkeit, hier oben auf Login und dieses X zu klicken. Und dann landet man hier wieder auf der Startseite und kann sich einen anderen Bereich aussuchen, in dem man dann, ja, vielleicht demnächst ist oder sich ein bisschen informieren möchte. Insgesamt eine coole Anwendung. Ich finde super, dass die Hotels immer mehr diese Anwendungen bieten, dass man, wenn man seine Raumnummer und Passwort eingibt, unterschiedliche Extra-Funktionen nutzen kann. Ein bisschen die Angebote im Überblick hat und manchmal Tagesaktionen und so weiter. Also das finde ich ziemlich gut. Kann man da auf jeden Fall ziemlich gut hier auch in dieser Anwendung nutzen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.